So, 69 Meter Ich weiß, was ich the same mit dem Böden bringt. Na rafig. Geben, man ovechtet da. So, jetzt aber. So, jetzt geht's. Stufe 4 wieder. Auf geht's. Bringt den Verurteilten vor. Tja. Das Gebiet der Kunden für Gelegenheiten sorgen. Okay. Neues Ziel Jamal finden. Der ist da vorne. Getötete Schützen 2. Mhm. Irgendwo was hier in der Nähe? Bisher nicht. Okay. Müssen erstmal grunden. Alles klar. Dann machen wir mal. Noch sehe ich nix. Ich glaube nicht, dass wir da so einfach rankommen. F vestizul harvestig. Ich bin auf der Straße. Ich bin auf der Straße. Direkt dich. Fass mich an und du landest auf deinem IOT. Exschuld read. ALLP пустьев complexe Bezug Oh, Sperrgebiet betreten. Upsalala. Äh, hallo, ich wollte nichts. Er ist mal raus hier, er ist mal weg. Weg, haut ab. Lass mich zufrieden. Meine Güte, sind die hartnäckig. Das war schon mal nix. Das war schon mal nix, würde ich mal behaupten. Da unten ist ein Ammo. Hopp, ein neues. Okay, da ist... Ich sehe hier auch nicht irgendwie, was wir hier mal benutzen könnten. Okay, Sperrgebiet. Ah, da oben. Ja, da oben. Hm. Da rüber. Okay, das wäre eine Möglichkeit. Da ist ein Schützer. Mit der Berserker-Klingel nicht. Ja, so. Da hinten ist der nächste Schütze. Okay, warte mal. Wir haben doch auch noch ein paar andere Sachen. Auch Bombe, Betäubungsbombe, Kirschbombe. Wäre doch eine Möglichkeit. Funktioniert der sogar zu semi-optimal. Hat geklappt. Manchmal muss man auch mal anders denken. Ähm, wir gucken mal. Ja, da ist er, oder? Das ist doch. Germant, das ist der doch. Ja, das ist der doch. So, das ist der doch. Darin Hama? Hallo! Hallo Arnaud. Monsieur Germain. Wie passend euch bei der Wiedergeburt des Templer Ordens zu treffen. Immerhin wart ihr auch bei mirestens schuld dabei. Monsieur de la Serre. Ah, ich wollte, dass er versteht. Der Orden war korrupt geworden. Klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien. Doch ihr habt das korrigiert, oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze. De la Serres Tod war nur der erste Schritt. Nun folgt das Meisterstück. Bürger, ich sterbe unschuldig. Meine Herren, ich bin an allem unschuldig, wessen man mich beschuldigt. Ich wünschte, dass mein Blut das Glück der Franzosen zementieren würde. König ist nur ein Symbol. Ein Symbol kann Angst schiefen. Und Angst sorgt für Gehorsam. Doch irgendwann verliert der Mensch die Furchtungssymbolen, die er sucht. Für diese Wahrheit ist der Molay gestorben. Der göttliche Anspruch von Königin ist nicht mehr als der Glanz von Gold in der Sonne. Wenn die Frone und die Kirche im Stau belieben, werden wir, die das Gold haben, die Zukunft formen. Schöpfen, ich bin ein Schöpfen. Ich bin ein Schöpfen. Ich bin ein Schöpfen. Nein, entschuldige dich. Fünn schönen Tag noch. Schöpfen. Mh-hmm. Los! Dein Guterauftritt. Was machst du? Lauf ihm nach! Ich lasse dich nicht hier sterben. Halte ihn! Schütz den Großreister! Hüte! Herz Nach Dueller! Ich scheide dich! Hu scocke! Ich bin so gut. Ich bin so gut. Okay, ich bin in die Tür. Ich bin nicht schrecklich. Ich muss dich schrecken. Halt es hier! Ich schaffe es! Halt es hier! Mir wirst du nicht entziehen! Das macht dich! Das ist es nicht wer! Wada! So viele kannst du nicht kämpfen! Geh, ich bin auf dir Zeit! Wir kämpfen den gleichen Tanz, mein Bruder! Geh, hab ich's gezeigt! Elise, warte! Komm schon! Na, zack, machen wir mal. Oh... Die Dachstörer, nicht erreicht! Oh... Elise, es ist vorbei! Weg sie! Ich werde ihn nicht entkommen lassen! Der wird nicht länger durchhalten. Schau an! Er hat ein Kopf unten! Oh... Oh... Du und mich, die Vogel. Verdammt. Ah, shit, zu lange aufgehalten. Mit den ganzen Gelümpel. Nein, ich bleib bei dir. Mal hinterher. Du gemäßigst. Achtet auf eine Falle. Das ist nicht erreicht. Elise, es ist vorbei. Weg hier. Ich werde ihn nicht ankommen lassen. Ich werde ihn hinterher kommen. Lass die da sich rum spielen. Komm schon. Hinterher, hinterher, hinterher. Immer diese Hetzerei. Leer. Er muss zu Fuß unterwegs sein. Elise! Aufhören. Er ist weg. Verdammt. Unsere einzige Chance. Es ist nicht vorbei. Wir finden eine neue Spur. Wohl kaum. Glaubst du, er wird so leichtsinnig sein, wenn er weiß, dass wir ihn jagen? Du hattest die einmalige Gelegenheit, sein Leben zu beenden und du hast ihn nicht ergriffen. Um dich zu retten. Dazu hattest du kein Recht. Was sagst du da? Ich würde alles riskieren, um Germain zu töten. Wenn du nicht manns genug für Rache bist, brauche ich deine Hilfe nicht. Elise. Elise! Ziemlich undankbar, die Alte. Ziemlich undankbar. Okay, dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Wo die nächste Mission ist, wird da hinten wieder ein Popo der Nachbesprechung beim Rat. Den Ratbericht erstatten. Okay, wieder natürlich vollkommen anderen Weg. Gehen wir erst mal. Ja, den Verbrecher töten. Hups. Na? Was wollt ihr denn? Glaubt ihr ernsthaft, ihr erwischt mich? Glaubst du nicht ernsthaft? Aus der Kälte? Schwierigkeit 1500. Begleitermission. Ach nee, komm, scheiß drauf. Nee, nee, nee. Na los, gucken wir denn noch mehr. Zack. Na komm, die sprünnen wir auch noch. Die Revolution ist ein Spiel der Macht. Ausgetragen in den Schatten. Und ausgeführt in Blut. So jung. Und doch schon so ernst. Traut niemandem. Nicht mal euren allerbesten Freunden. Du bist nicht mehr mein Schüler, Bassaschina. Die Reichen sind faul, während die Armen verhungern. Unser Kampf für die Freiheit hat begonnen. So weit ist es mit Frankreich nun gekommen. Ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen? Und ich war da, stand in deinem Zeit. Deine Tür wartet, für dich zu zeigen, wie zu bleiben. Wir müssen uns vereinen. Wie zu bleiben. Und jetzt ist es, Vielen Dank.